Jetzt nichts böse... geht... hier... ja... Da drauf fliegen. Können wir... ne, da können wir auch nicht durch. Das gleiche... Relativ gute Lampe... da ist ja auch der Händler... Das heißt, wir können eigentlich alles wichtig machen... Der gleiche... da wird zwei... So, wir fangen an mit der Forschung... Aber... aber... hallo? Warum war das jetzt falsch? Ich verstehe es. Wir müssen natürlich noch... ne? Hast du jetzt vielleicht wieder... Da... da könnte man es jetzt kaufen. Das ist die Frage. Platz dafür. Ja, hätte ich. Müsste das da weg... Dann würde das gehen... Aber das ist halt eben immer... Ist näher Flachwasser... Ozeanisch... Ozeanisch... Näher Flachwasser... Das könnte weg... Das könnte auch alles weg... Wir hätten Platz für das andere... Aber erstmal... Brauche ich das da... Und das da... Ich würde hier nicht weiterkommen... Ich würde hier nicht weiterkommen... Ich bin dann in den Fallen schon ein paar Mal... Das ist vielleicht noch so... Im Osten schon gesehen... Wahrscheinlich gibt es auch viel zu finden... Ja... Unglaublich... Wie ich mir alles verfehlt... Wenn kein Mensch sich darum kümmert... Denn in ein paar Jahren sind diese Promptons... Wahrscheinlich auch weg... Das ist eben eine laufende Dinge... Das ist noch etwas worum du sprechen möchtest... Also Frischmarkt haben wir... Sagen wir schlafen... Und... Gucken wir uns noch hier den Tab an... Quatsch... Jetzt müssen wir... Ja so doof... Das da machen... Alles ausbauen... Passt... 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 Na... Ein Stoff... Oh... Ernsthaft? Hm... Ja... Ein Stoff... Habe ich... Hier schon... Sowas... Hier... Da passt auch noch... Das ein... Und... Das... Ähm... Gefahr... Das wäre total toll... Ja... Dann wäre ich aber maximal ausgebaut... Ja... Dann wäre ich aber maximal ausgebaut... Und... Wir... Machen jetzt noch... Diese Folge fertig... Und... Dann werde ich... Ähm... Ablegen... Gut... Das ist gut... Das ist gut... Mhm... Ja... Und... Warum nicht... Fischer... Angelbare Fischer... Und... Vor allen Dingen... Sieht... Gut aus... Ja... Ne... Das... 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 Ja... Warte mal... Wir machen das gerade da hin... Ja... Er... Spürt... Dann... Die... Mal... Genau... Falsch... Diesmal... Genau... Richtig... Richtig... So, wo ist denn jetzt der Spresor? Hier. Noch mal was. Tu das noch mal. Einmal. Bein. Dann haben wir noch Platz für irgendwas zu dredgen. Wir hätten noch ein Holz vielleicht. Was ist das denn? Keine Ahnung, aber wir werden mit Sicherheit Platz dafür schaffen. Achso. Okay. Das ist nur das eine, ne? Schön. Schauen wir uns das noch mal schnell an. Hoffentlich lohnt sich das auch jetzt. Okay, stimmt. Das habe ich ja schon gesehen. Das brauche ich ja eigentlich nicht, aber egal. Ein so ein Ding habe ich jetzt das ist. Er war so. So, ich würde sagen, wo ist jetzt hier Wildwirt? Ja, wir sind genau falsch. Ja, wir sind genau falsch. Und im Moment will ich es auch einfach nicht ausprobieren. Mal aus Versehen. Äh, wo war das gerade? Äh, wo war das gerade? Äh, das ist gut. Gut. Noch einmal dahin zurück. Dann bringen wir, glaube ich, den Hut weg. Ja, du gehst bitte auch weg da. Äh, äh. Und jetzt ist noch mal eine Frage. Wieso? Also, erst mal Fischmarkt. Hm. Richtig, Fischbole. So. Dann wir noch zur Forschung. Geht's oder geht's nicht? Ja, warum nicht? Ist doch alles erkundet. Warum? Was fehlt mir denn da? Wir müssen ja sowieso immer alles machen. Aber einfach mal weiter. So. Ja. Und alles, das hier wird nicht so wichtig. Aber wirklich nicht. Netze. Die können ja auch das da haben. Keine Ahnung. Hier schlafen. Und bringen den Hund weg. So. Und ab. Was haben wir hier? Ja. Ah. Ne? 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 Und machen als letzte große Version für heute. Ne? Ne? Und? Ne? 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 Das Badge geht. Na ja, damit... Das? Ich? 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 Das geht aber. Geht nicht. Geht. Geht nicht. 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 Geht nicht, aber... Den können wir immer noch machen. Ja, ne, doch einmal. Eins, wie kenne ich ja die Form? Warte mal, wo müssen wir hin? Das ist... Ah, guck mal, hier. Ist da nix drin? Ja... Ja... Warum... Der? Alles Dreck. Na komm. Ja. Hier nehmen wir noch mit und noch einen davon. Ähm... Moment, noch mal. Nein, ich muss in die Richtung. Schiff da... Ja, aber was ist das vielleicht? Was ist denn hier alles dunkel? Ja, schon wieder zu weit. Wie schafft es das? Was? Oh, nicht der... Oh, nicht der... Bede... Wow... Get... Um... Nebel... Wie ist das? Wow... Oh... Du noch irgendwas? Da kann man nichts kaufen. Das da noch. Gerade so Geld dafür. Das irgendwie... Haufen. Warte mal. Dann lieber das. Den kann alles, ne? So, dann würde ich sagen... F... F... Das geht einfach nicht. Wow... Ja, das ist alles richtig. Jetzt ist echt die Frage, ne? Brauche ich alles? Brauche einfach... Also Vulkan... Brauche ich vielleicht irgendwann mal einmal? So... Das ist eigentlich jetzt auch... Habe ich geschlafen? Ja... Oh... Warum kann ich das? Hm... Wir legen ab... Noch einmal schnell... Auf die andere Seite... Dass vielleicht ein Hund ankommt... Ich weiß es ja nicht, ne? Ich möchte ihn auch nicht ins Lager kommen, ne? Was... Ja? Ja... Ja... Glaublich... Die wollen beide auch. Wir werden es irgendwann herausfinden. Ich würde sagen, speichert ist. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht es auf jeden Fall gut. Und tschau.